Adjektive zur Beschreibung von Personen freundlich Sie ist immer freundlich zu allen. intelligent Er ist sehr intelligent und lernt schnell. Er ist sehr intelligent und lernt schnell. schön Das Model ist sehr schön. sportlich Mein Bruder ist sehr sportlich. mein Bruder ist sehr sportlich. kreativ kreativ Sie ist eine kreative Künstlerin. sie ist eine kreative Künstlerin. lustig er erzählt immer lustige Geschichten. er erzählt immer lustige Geschichten. hilfsbereit hilfsbereit Mein Nachbar ist sehr hilfsbereit. mein Nachbar ist sehr hilfsbereit. mutig 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 Der Feuerwehrmann ist sehr mutig. der Feuerwehrmann ist sehr mutig. geduldig geduldig Die Lehrerin ist sehr geduldig mit den Kindern. die Lehrerin ist sehr geduldig mit den Kindern. schüchtern schüchtern sie ist in neuen Situationen oft schüchtern. sie ist in neuen Situationen oft schüchtern. neugierig neugierig das Kind ist sehr neugierig das Kind ist sehr neugierig romantisch romantisch er ist sehr romantisch und schreibt dir Liebesbriefe. er ist sehr romantisch und schreibt dir Liebesbriefe. sympathisch sympathisch sie ist sehr sympathisch und hat viele Freunde. sie ist sehr sympathisch und hat viele Freunde. attraktiv attraktiv er ist sehr attraktiv und hat eine charmante Ausstrahlung. er ist sehr attraktiv und hat eine charmante Ausstrahlung. humorvoll humorvoll sie ist humorvoll und bringt alle zum Lachen. sie ist humorvoll und bringt alle zum Lachen. stark stark er ist sehr stark und hebt schwere Gewichte. er ist sehr stark und hebt schwere Gewichte. klug 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 sie ist sehr klug und hat immer gute Ideen. sie ist sehr klug und hat immer gute Ideen. fröhlich fröhlich er ist immer fröhlich und hat ein Lachen im Gesicht. er ist immer fröhlich und hat ein Lachen im Gesicht. fleißig 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 verantwortungsbewusst verantwortungsbewusst sie ist sehr verantwortungsbewusst und kümmert sich gut um ihre Familie. Sie ist sehr verantwortungsbewusst und kümmert sich gut um ihre Familie. Gesellig Gesellig Er ist sehr gesellig und mag es, Zeit mit Freunden zu verbringen. Er ist sehr gesellig und mag es, Zeit mit Freunden zu verbringen. Talentiert Talentiert Sie ist talentiert und spielt mehrere Musikinstrumente. Sie ist talentiert und spielt mehrere Musikinstrumente. Höflich Höflich Sie ist sehr höflich und spricht immer respektvoll mit anderen. Sie ist sehr höflich und spricht immer respektvoll mit anderen. Konzentriert Konzentriert Er ist sehr konzentriert und arbeitet effizient. Er ist sehr konzentriert und arbeitet effizient. Zuverlässig 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 Sie ist zuverlässig und immer pünktlich. Sie ist zuverlässig und immer pünktlich. Adjektive zur Beschreibung von Objekten Neu 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 Das Auto ist neu Das Auto ist neu Alt Alt Das Buch ist alt Das Buch ist alt Teuer 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 Der Computer ist teuer Der Computer ist teuer Billig 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 Das Handy ist billig Das Handy ist billig Groß Groß Das Haus ist groß Das Haus ist groß Klein Klein Der Tisch ist klein Der Tisch ist klein Schwer Schwer Der Koffer ist schwer Der Koffer ist schwer Leicht Leicht Der Ballon ist leicht Der Ballon ist leicht Schnell Schnell Das Auto ist sehr schnell Das Auto ist sehr schnell Langsam Langsam Die Schildkröte ist langsam Die Schildkröte ist langsam Kaputt Kaputt Der Fernseher ist kaputt Der Fernseher ist kaputt Sauber Sauber Der Raum ist sauber Der Raum ist sauber Schmutzig 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 Das Zimmer ist schmutzig Das Zimmer ist schmutzig Antik Antik Die Vase ist antik und stammt aus dem neunzehnten Jahrhundert Die Vase ist antik und stammt aus dem neunzehnten Jahrhundert Die Musik ist laut Die Musik ist zu laut Die Musik ist zu laut Hoch Hoch Der Turm ist sehr hoch Der Turm ist sehr hoch Schön Schön Das Bild ist schön gemalt Das Bild ist schön gemalt Weich Weich Das Kissen ist sehr weich Das Kissen ist sehr weich Hart Hart Der Stein ist sehr hart Leuchtend Die Lampe ist leuchtend Die Lampe ist leuchtend Praktisch Praktisch Das Werkzeugset ist sehr praktisch für kleine Reparaturen Das Werkzeugset ist sehr praktisch für kleine Reparaturen Elegant Elegant Das Kleid ist elegant und perfekt für besondere Anlässe Das Kleid ist elegant und perfekt für besondere Anlässe Bunt Bunt Die Blumen sind bunt und verschönern den Garten Die Blumen sind bunt und verschönern den Garten Funktional Funktional Das Küchengerät ist sehr funktional und einfach zu bedienen Das Küchengerät ist sehr funktional und einfach zu bedienen Modern Modern Das Smartphone ist modern und hat viele nützliche Funktionen Hier sind einige Beispiele für Adjektive Kennst du alle diese Adjektive? Teile uns in den Kommentaren mit, welches Adjektiv dich am besten beschreibt Das Küchengerät ist sehr gut und auf die Zeit Das Küchengerät ist sehr gut und viele auch zu erinnern den Garten Waren Das Küchengerät ist sehr gut nach vorne das Küchengerät ist sehr gut